Dr. Hans-Georg Maaßen versucht Schadensbegrenzung, denn er wurde fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel von Dr. Markus Krall, der aus der Partei ausgetreten ist, genauso wie Professor Max Otte, der ebenfalls ausgetreten ist. Wir gucken uns die neueste Entwicklung der Rechtfertigung und Argumentation, warum sagte er denn, die CDU wäre der Premium-Partner, ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, jetzt direkt ein Abo da lassen und es ist ganz interessant. Ich habe ja darüber berichtet, dass die Situation wirklich maximal eskaliert ist. Dr. Markus Krall ist aus der Partei ausgetreten, gleichzeitig hat es auch verkündet Professor Max Otte. Und das sind zwei Urgesteine innerhalb der Werteunion-Verein, der Professor Max Otte. Und auf der anderen Seite, im gerade letzten Jahr, sehr, sehr, sehr aktiv gewesen per Ex auf der Plattform, war Dr. Markus Krall. Und wie ich finde, so habe ich ihn wahrgenommen, ein ganz starkes Zugpferd der neuen Werteunion. Und das, was dann im Januar schon passiert ist, dass es einen kleinen Bruch gegeben hat, als Dr. Maaßen sagte, der Markus Krall wird keine Führungsposition einnehmen. Da war ich schon sehr, sehr skeptisch und habe intern bei mir zum Kolja, zum Alex und auch zum Dominik gesagt, der wird aus der Partei dieses Jahr noch austreten. Dass das Ganze nur einen Monat später gekommen ist, das habe ich nicht kommen sehen. Aber man konnte es erahnen, als die Bekanntgabe von Dr. Maaßen war, ja, der CDU ist unser Premium-Partner. Interessant dazu ist dann natürlich auch noch der Michael Kuhr, der in einem Video tatsächlich gesagt hätte, das wäre sarkastisch gemeint. Also ich frage mich auch, ob bei diesen Leuten jetzt mittlerweile hier wirklich keiner mit jemandem spricht. Michael Kuhr geht ernsthaft hin und veröffentlicht ein Video und sagt, das wäre Sarkasmus gewesen. Jetzt aber kommt ein Dr. Maaßen um die Ecke und argumentiert, nö, nö, das sind unsere Premium-Partner, die CDU. Aber den ganz genauen Wortlaut, nämlich aus diesem Interview, welches er hier abends, ich nehme das Video jetzt schon hier spät am Abend noch auf, veröffentlicht wurde, da sieht man ja die Notwendigkeit offensichtlich, das jetzt noch hier klarzustellen, weil eine so große Kritikwelle über die Partei eingebrochen ist, das sollte zu denken gehen. Aber gut, der Reinhard, er sagt nämlich, Zitat, ich habe es nicht, wird so eingeleitet, gab Kritik, bla bla, ich habe es nicht gesehen, dass es einen massiven Sturm gegeben hat. Leute, also wer das nicht gesehen hat, tut mir leid, Herr Maaßen, aber dann haben sie es nicht genau hingeguckt. Es hat Kritik gegeben an meinen Äußerungen, aber ich sah auch sehr, sehr viel Zustimmung und sehr viel Verständnis. Also davon habe ich persönlich nichts mitbekommen, wenn ich was verpasst habe, dann postet mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Dann geht das Ganze weiter. Wenn man sich als Werteunion von der CDU abspaltet, sieht man sich als Teil der Unionspartei, aber als den richtigen Teil. Und das ist schon eine ganz interessante Aussage. Man kann natürlich argumentieren, ja, okay, man möchte diesen Kern, den man in der CDU vermisst und ich als ehemaliges CDU-Mitglied, weiß schon, glaube ich, was er da meint und wie er das meint. Denn ich bin 2015 aus der Partei ausgetreten und dass er das jetzt so sagt, ja, das kann man schon irgendwo nachvollziehen. Aber das ist ja kein klarer Split. Das ist kein klarer Split zu dieser Partei. Weiterhin derjenige Teil der Unionsparteien, der die Kurve bekommen hat, während die anderen auf dem Holzweg sind. Okay, das haltet mal im Hinterkopf. Die anderen sind auf dem Holzweg. Ganz klare Aussage. Nicht zu diskutieren hier. Weiter. Die Unionsparteien sind Premium-Partner. Sprich, CDU und CSU. Ganz klares Statement. Ohne Diskussion. Nochmal. Zitat. Die Unionsparteien sind Premium-Partner. Wenn sie unsere Politik mitmachen. Das ist die Einschränkung. Wenn sie wieder zu diesen Grundwerten zurückkommen. Wieder eine Einschränkung. Das wird jetzt hier als Einschränkung ganz klar dazu gesagt. Das war ja beim ersten Mal nicht, Herr Dr. Maaßen. Oder habe ich da was überhört? Nee, nee. Und dann geht es ja weiter. Bei aller Klarheit. Wir sind nicht die AfD 2.0. Diejenigen, die die AfD wollen, sollen die AfD wählen. Und wir sind auch nicht Mehrheitsbeschaffer für die AfD. Das muss man ebenfalls im Hinterkopf halten. Ihr könnt jetzt mal gerne in Kommentare reinschreiben. Möchtet ihr denn die Alternative zur Alternative für Deutschland, zur AfD, Werteunion wählen? Nach dem, was jetzt hier die letzten Tage so geäußert wurde? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ganz einfach. Und dann geht es hier weiter. Zitat. Sondern wir sind eine bürgerliche, eine kritikvolle Partei mit Blick auf die Ampelkoalition. Eine Partei, die sich für die Freiheit der Menschen in Deutschland einsetzt. So, ihr seid eine kritikvolle Partei. Da hätte ich eine Frage zu, Herr Dr. Maaßen. Ich bin jetzt hier. Ich aktualise nochmal. Da sieht man auch, ist das Video mittlerweile verlinkt. Ganz offiziell auf der Parteiseite. Ich persönlich wurde ja hier unten erwähnt. Das hat mich geehrt. Fand mich toll. Unter Alternative Medien bin ich ja hier aufgetaucht. Michael Kuh ist hier. Reitschuster kommt jetzt hier. Zack, wenn wir weiterklicken. Der Herr Kolja ist noch drin. Aktien mit Kopf. Professor Rieck. Und genau daneben war mein Konterfei mit dem Link zu meinem Kanal. Wenn man so eine kritikvolle Partei darstellt, warum hat man mich dann daraus genommen? Mir geht es nicht darum, da verlinkt zu sein. Ich möchte das geklärt wissen. Warum wurde dort mein Kanal gelöscht? Weil meine Videos zu kritisch waren? Weil meine Berichterstattung zu kritisch war? Eine andere Erklärung kann ich dafür nicht haben, da es genau jetzt in dieser Zeit passiert ist. Ich würde es gerne mal wissen. Und dann geht das Ganze hier aber noch weiter. Wir arbeiten mit der CDU zusammen. Wenn sie sich auf unsere Werte einlässt. Aber auch mit der AfD. Und ich habe auch keinen Zweifel daran gelassen, dass die Brandmauer, die Friedrich Merz aufgebaut hat, von uns nicht akzeptiert wird. Okay, ein klares Standbild. Dann möchte ich aber gerne nochmal geklärt wissen. Wir wissen ja, im Vorstand ist ja hier die Dame, das ist die Silvia Kaufholt. So, das ist die Dame hier im Bild. Sie hat gepostet. Ich kann das Posting leider so nicht mehr finden. Es scheint entfernt worden zu sein. Denn hier Heimatgefühl hat das gerepostet. Ein Screenshot, wenn er echt ist. Silvia Kaufholt, Zitat, bitte Wähler von Koalitionsparteien unterscheiden. Unsere Zielwähler sind alle, insbesondere aber CDU, FDP und AfD, Klammern, die Protestler. Mit wem man sich dann aber eine Regierungsbildung zutraut, ist eine ganz andere Frage. Unterstrichen vom Heimatgefühl hier. Da ist die AfD sicher nicht bevorzugt. Wir sehen eine ganz klare Klassifizierung zwischen den verschiedenen Parteien. Man wünscht sich offensichtlich ganz klar Premium-Partner CDU und gegebenenfalls AfD. Das ist okay. Aber dann muss man auch damit leben und damit rechnen, dass es Kritik gibt. Wie man jetzt in den Kommentaren bei dem Video, nämlich hier, auch sehen kann. Das ist doch, ne? Ja, ich habe meine Frage nebenbei gesagt, auch hier nochmal gestellt. Ich möchte darauf eine Antwort wissen, warum mein Kanal dort gelöscht wurde. Und wenn das so ist wegen meiner Kritik, dann ist es okay. Dann weiß ich, dass diese Partei meine Kritik nicht wünscht. Ich möchte es nur offiziell bestätigt wissen. Hier, Herr Maaßen, Sie sollten lieber näher zum Volk haben, als zu den Unionsparteien von Freddy geschrieben. Toller Kommentar. Der gute Maaßen, den ich bisher fast bewundert habe, ich auch sehr, redet sich im Kopf und Kragen. Damit ist die Werteunion tot, ehe sie überhaupt gelebt hat. Und das sehe ich sehr, sehr ähnlich hier. Also wirklich ist ein ganz starkes Stück, was hier gerade passiert ist. Aber das Interview ging noch ein bisschen weiter. Es wurde nämlich gefragt, Sie haben Sorge geäußert über einen AfD-Ministerpräsidenten und auch einen Innenminister. Was bereitet Ihnen Sorge, wenn beispielsweise Björn Höcke Ministerpräsident werden würde? Zitat, laut Umfragen könnte es ja durchaus sein, in Sachsen oder einem anderen Bundesland, dass die AfD die absolute Mehrheit an Sitzen haben wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das bereitet mir Sorge. Klare Aussage. Ich möchte auch nicht, dass in Deutschland eine Partei die absolute Mehrheit hat und dominiert. Ist da die Werteunion eingeschlossen, Herr Dr. Maaßen? Und dann noch ein ganz, ganz großer Klopper. Und jetzt, wo man die AfD sehr schwer einschätzen kann, was auch immer damit meint, wo sie vom Verfassungsschutz als extrem eingeschätzt wird, von anderen als radikal eingeschätzt wird, möchte ich nicht, dass die AfD allein regiert. Leute, ich bin enttäuscht. Ich glaube, mit diesem einen Wort kann ich das wirklich sehr gut zusammenfassen. Das ist pure Enttäuschung von dem Dr. Maaßen und von der Entwicklung, die wir jetzt in so paar Tagen, paar Stunden hier am Abend festgestellt haben. Schreibt eure Meinung dazu gerne unten rein. Abonniert den Kanal. Ich bin gespannt darauf. Was haltet ihr davon? Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.